Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler, recht herzlich willkommen am beruflichen Schulzentrum und seiner Adalbert-Raps-Schule hier in Kulmbach. Ich darf Ihnen heute vorstellen, unser Erasmus-Plus-Austauschprogramm. Im Rahmen dieses Programms der Europäischen Union bieten wir Auslandspraktika für unsere Fach- und Berufsoberschüler in der 11. Jahrgangsstufe überwiegend an. Wir haben verschiedene Einrichtungen. Hier als erstes sehen Sie unseren über 30 Jahre lang bestehenden Austausch mit Bursa, einer Partnerstadt von Kulmbach. Wir haben dort eine Berufsschule, mit der wir entsprechende Auslandspraktika und Austauschmaßnahmen organisieren. Außerdem im Programm haben wir schon seit einigen Jahren unseren Praktikantenaustausch mit Laval, das ist auch eine Partnerberufsschule zwischen Paris und der Bretagne, in Frankreich zentral gelegen. Außerdem im Programm haben wir Kilkenny. Kilkenny ist eine Stadt in Irland und wir haben dort entsprechend auch Austauschmöglichkeiten über einen kommerziellen Partner, der uns Praktikumsstellen vermittelt. Außerdem haben wir last but not least ganz neu Lugo im Programm. Lugo ist auch eine Partnerstadt von Kulmbach und auch dort führen wir entsprechende Auslandspraktika durch. Melden Sie sich bei uns an. Ich lade Sie recht herzlich ein. Profitieren Sie von diesem Programm, das weitgehend dazu führt, dass Sie kaum selbst etwas bezahlen müssen. Es ist im Prinzip vollständig kostenlos, aber nicht umsonst, denn Sie erwerben interkulturelle Kompetenz und Sprachkenntnisse. Ich freue mich auf Sie im nächsten Schuljahr.